Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Call of the Mountain. Für mich ist ein neuer Aufnahmetag. In der letzten Episode haben wir hier den, ich glaube es war ein Dornenrücken, erlegt. Ähm, wir haben volles Leben, also beste Voraussetzungen, um weiterzuspielen. Ein Lift? Noch etwas, das erst vor kurzem gebaut wurde. Ein Lift? Das war unser Werkzeug. Wir sind hier auf der Suche nach unserem Bruder. Unserem Bruder Urit, heißt der, glaube ich. Der vielleicht schon nach uns ruft. Da ist der Rauch. Und hier ist, ich weiß nicht was. Das könnte so ein Signalding sein, was, äh, was Maschinen anlockt. Das hat doch gerade irgendwer gerufen, oder? Warum willst du denn zurück nach Dämmerungsgriff? Oder, ah, wir haben gerufen. Das kann natürlich auch sein. Okay, ähm. Wenn das... Erinnert mich ein bisschen an die Teile, die es in den normalen Horizon Spielen gibt. Oder zumindest in Teil 2, ob es auch in Teil 1, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die man benutzen kann, um Maschinen zu rufen. Ansonsten haben wir hier oben wirklich nichts mehr. Und die Stelle, wo das Feuer ist, da kommen wir auch nicht hin. Na, dann gehen wir mal... Gehen wir mal zurück und gucken, ob... Die Leute in unserer Base irgendwas mit dem anfangen können, was wir gefunden haben. Dämmerungsgriff. Nach der Dämmerungsgriff zurückkehren. Ja, klingt noch ein Plan. So. Hast du einen Donnerkiefer erlegt? Worum du mich gebeten hast. Wir wollten antworten. Durchqueren die Maschinen die Siedlung nicht mehr? Nun, dann habe ich wohl auch Antworten gefunden. Möglich. Radell? Diese Bauteile stammen von den Alten. Sie... Sie stammen von einem Oseram-Bastler. Oseram. Dennoch ging Urit nach Muttertränen im Nora-Land. Muttertränen ist eine Siedlung in Taltreff. Sie wurde während der roten Raubzüge verlassen. Sollten die Nora etwa dahinter stecken? Die Nora sind viel zu abergläubisch und würden so ein Gerät der Alten niemals anfassen. Was ist das genau? Es ist ein Hochfrequenz-Kommunikationssystem. Wie eine Barke, nur für Maschinen. Also deshalb kam Avats Spionmeister den ganzen Weg hierher. Du wusstest, dass du das findest. Wusste ich nicht. Ich befürchtete es. Und Entscheidungen sollten auf Fakten, nicht auf Furcht basieren. Ich würde diese Fakten gerne hören. Die kleinen Köder, die ich kenne, können nur eine Handvoll Maschinen in unmittelbarer Nähe anlocken. Aber das, wenn es mehr davon gibt, ist das ganze Sonnenreich in Gefahr. Und das vertraust du alles einfach so einem Schattenkater an? Als ich den Köder fand, war er mit den Ruinen der Alten verbunden. Mit einer großen Metallschüssel. Hat die den Köder stärker gemacht? Aber warum hat Urid den Köder ignoriert und ist jemandem in das Nora-Land gefolgt? Warum ist dieses Volk denn so wichtig? Du hast den Muttertränen gedient, oder, Rias? Ich diente, wo es nötig war. Ja, ich diente dort. Dann kennst du das Gebiet. Die Nora spüren noch die Wunden der roten Raubzüge. Tal Treff wäre wirklich ein ungemein gefährlicher Ort für einen Schattenkater. Doch wenn Urid diese Leute als wichtiges Ziel erachtet hat, müssen wir es auch. Ziehe für deinen Bruder, deinen Schwur zum Sonnenreich oder für dich selbst los. Und, wenn du das tust, dann als freier Mann. Seine Erleuchtetheit Awad schickt keine Karja-Soldaten in das Nora-Land. Aber ich kann niemanden aufhalten, der seinen Bruder finden möchte. Schreite im Licht, Rias. Aber halte dich bedeckt. Okay, also es war tatsächlich... Aber ich werde in Muttertränen nach Urid suchen. Als freier Mann. Zuerst muss ich einen Enter-Pfeil herstellen. Nur so komme ich über die Brücke zur Siedlung. Bin ja schon dabei. Okay, es war... Warum gucke ich auf meine Uhr? Das ergibt gar keinen Sinn. Es war so, wie ich vermutet habe. Die Antenne hat die... ...Maschinen angelockt. Wir haben unseren ersten Auftrag erfüllt. Wir haben dafür auch unsere... ...unsere Freiheit... ...unsere Freiheit zurückbekommen. Ja, ich weiß, dass ich das Bewerkzeug benötige. Ich jetzt... Ich gehe gerade mit... ...den Zuschauern. Ähm... Wo war ich jetzt dran? Ah, das war jetzt gemein. Jetzt bin ich raus. Na, wir haben unsere Freiheit wieder. Äh, und... ...stimmt Ende letzter Folge. Ich hoffe, es war noch auf Video. Da hat der Urit... ...haben wir eine Nachricht von Urit gesehen. Das ist nicht mein erster Enter-Pfeil. Also nur nicht nervös werden, Rejas. Da haben wir eine Nachricht von Urit gesehen, wie er... ...ein Schritt näher... ...dass er ein neues Ziel hat, was er verfolgt. Okay, hier müssen wir wieder bandagieren. Ich muss das Griffband drum wickeln. Ja, ich bin ja schon dabei. So. Noch nie so schön ein Griffband irgendwo drum gewesen. ...verwickelt. Hier könnt ihr alle noch was lernen. So, scheiß auf Kollision. Das ist mein Motto. Perfekt. Dann das Ding hier. Und dann... ...denkmal kurz hier hin. Dann kommt der Apparat. Jetzt die Spitze. Und dann... ...noch irgendwas da drauf? Ah, hier. Noch etwas straffer. Hm. Das sieht spannend aus. So. Damit müsste ich nach Muttertränen gelangen. Ins Nora-Land. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Ich hab Bock auf das Nora-Land. Ähm. Ich war seit... Ich glaub, man ist ja... ...nur im ersten Horizon-Teil... ...anfangs in diesem Nora-Land unterwegs, oder? Ich glaub in, äh... ...in Forbidden West. ...und Muttertränen. Ich war seit dem Krieg nicht mehr her. Ich muss Urit finden... ...und die Osseren, die er verfolgte. Was sie mit diesen Ködern vorhatten... ...kann nicht gut sein. Okay. In Forbidden West spielt das ja keine Rolle. Das Nora-Land. Oh. Jetzt muss ich mit dem Mikrofon aufpassen, dass ich mir... ...dass ich muss mir echt angewöhnen, neben dem Kopf zu spannen. Das sieht irgendwie nicht so lecker aus. Das ist das größte und fairhafteste Gebäude der Siedlung. Vielleicht sind die Osseram da oben. Ich sollte nachsehen. Nora-Land sieht geil aus. Muss man einfach mal so anmerken. Schön. Das ist jetzt das dritte Szenario, in dem wir uns bewegen. Also, da ist auf jeden Fall für reichlich Abwechslung gesorgt. Da unten können wir vermutlich unser neues Tool... ...verwenden. Wie auch immer das funktioniert. So nicht. Kann ich mal ein neues Tool da verwenden? Muss ich das erst hier? Ah, ich verstehe. Ich kletter hier hoch, dann ramme ich das da rein... ...und schieße das andere Ende... ...weg? Oder wie ist der Plan? Ja, ich bin ja schon dabei. Und jetzt muss ich das werfen? Würde ich jetzt zwar weniger als meinen Verdienst bezeichnen. Aber werfen wir auf jeden Fall den richtigen Ansatz. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so manche Szenen in dem Spiel einfach durch die Spannweite überspringe. Marat hat Wort gehalten. Ich bin frei. Warum habe ich immer noch das Gefühl, eine Last zu tragen? Tja, weil die Vergangen... Au! Weil die Vergangenheit... ...ein... ...nicht mit einem Stück Papier... ...verlässt. Maybe. Und welchen Universum habe ich denn da hingezielt? Das sieht besser aus. Okay, ich habe eben festgestellt... ...da war und liegt mein Mikrofon... ...noch ein bisschen anders eingestellt. Und dass das sich dann mit einer Tracking-Kamera in die Quere kam. Da hatte ich mich gewundert... ...was bei dem Tracking los... ...gegner... ...los ist. Wächter. Vorbeischleichen könnte einfacher als Kämpfen sein. Das Gras gibt mir Deckung. Okay. Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Wahl, ob wir kämpfen oder schleichen. Oder wenn ich aufliege, schleiche ich neu. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten ja in den Minen schon eine von diesen Schleichpassagen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so versteckt, ehrlich gesagt. Ich meine, Aloy könnte hier vermutlich aufrecht drin stehen und würde nicht auffallen. Hier sollte ich sicher sein. Ich würde das... ...ich würde das kritisch hinterfragen. Oh, da können wir reinklettern. Bringt mir das was? Was ist das denn? Ich habe gebrochen einen Nora-Kücher. Nein, nein. Ich bin gar nicht auffällig. Macht euch keine Gedanken um mich. Oh, ein Wächter da vorne. Ich sneaker hier nur so lang. Aber ich... Also in Feuer, in dieser Welt von... Horizon unterwegs sein ist schon cool. Ich habe auch... So, erstmal in Deckung. Kann er uns da oben sehen? Ich habe auch... ...mal den Kino-Modus ausprobiert. Mit dem einen Horizon-Teil. Kann man auch ganz gut zocken. Wobei da natürlich auch Mura ein Thema sein kann. Was ist passiert? Habe ich losgelassen? Bin ich entdeckt worden? Ich weiß es nicht. Das Haupttor ist da vorne. Hier ist ein Versteck. Geschafft. Mehr Wächter. Die Wasserram sind definitiv nicht in diesem Teil der Siedlung. Hier sollte ich sicher sein. Ich bin aufgeflogen. Glücklich? Das lässt mich aufliegen. Schockfalle sind immer hilfreich. Das war irgendwie unerwartet. Hirnen. Oh. Geht, dahinter sind wohl einige Monster unterwegs. Monster. Maschinen. Hey, was ist denn seine Mission? Hat er ein Problem mit uns? Die Kiste hätte ich nicht schießen können, holy shit. Oh ne, jetzt ist er auf. 460 Damage. Das war impressive. Mein Lieblings Spielstil beim normalen Horizon ist auch Snipern. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Gepausiert? Warum? Hm. Der Arm von Girard. Dieses Belagerungsgerät hat wohl die Tore der Siedlung geöffnet. Ich wollte gerade sagen, jetzt konntet ihr kurz meine... mein Zimmer sehen. Aber könnt ihr hier auch in der Kamera sehen. Das haben wir verloren. Was mache ich damit? Schieße ich jetzt die Tür auf? Ist das so? Okay, das war... Das war irgendwie langweiliger als erwartet. Das Gerät muss ich mir nochmal ansehen. Machst du irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob wir hier unbedingt klettern können. Sieht nicht so aus. Hier, warte, was soll ich machen? Kann ich hier irgendwas Spannendes mit dieser Maschine machen? Ich weiß auch nicht, ob ich hier nicht klettern kann. Ich weiß auch nicht, ob ich hier nicht klettern kann. Ah. Logisch. Ich muss öfter daran denken, dass ich diesen Scann-Sinn habe. Den vergesse ich irgendwie. Regelmäßig. Der hilft mir auch, so Ziele zu finden. Cool. Okay, klar. Jetzt ist natürlich... logisch, was ich machen muss. Ich will nicht Peace zeigen. Okay. Okay. Ah, und dann ziehe ich die auf. Aha. Alles ergibt Sinn. Ich weiß zwar nicht so ganz, warum ich jetzt an dem Rad rillen müsste und die Tür nicht einfach aufgezogen habe. Ich habe da jetzt keine großartige Erleichterung gesehen. Darum höre ich schon wieder... wieder Wächter. Okay, wir klettern unter der Brücke drunter durch. Wächter. Nein. Ich muss unter ihn. Ach. Da hatten wir keinen richtigen Griff. Wächter. Ich muss unter ihn vorbeiklettern. Erschöpft Verdacht. Ich muss unter ihn vorbeiklettern. Ich muss unter ihn vorbeiklettern. Erschöpft Verdacht. Okay, müssen wir jetzt... Ah ne, hier kommen wir weiter drunter. Da vorne sind wieder Stellen, wo wir diesen neuen Haken einsetzen können. Ah, ich hätte auf der Seite klettern sollen. Verstehe. Den Haken finde ich auch ziemlich cool als Tool. Komm, man merkt es so ein bisschen, wenn ich hier hänge und dann da hinkomme. Dann weiß er nicht mehr so ganz. Ja, wobei... Nimmt er schon auch relativ gut dafür, dass ich gar nicht mehr in die Richtung schaue. Das ist dann halt... Die Bewegungssensoren da drin. Die sich dann ein Bild zusammen reimen. Da war es fast schon wieder zu... Vorbei. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Hier können wir hinspringen und... Da hoch. Dann müsste er hier eigentlich, wenn irgendwas... Können wir da oben auch was? Ich weiß nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall nach Collectibles und so suchen. Ich wollte gerade den... Den Korb wegtreten, soweit es wie Arno nicht. Wir können bald wieder neue Pfeile craften. So, Physik-Engine-Test. Okay, war in Ordnung, denke ich. Ich muss hier mal ein bisschen kontrollierter Griffe setzen. Rüstung? Ein neues Rüstungs-Upgrade. Sehr cool. Okay, ich denke mal, das war auch der... Grund, für den wir hier waren, ne? Sieht so aus. Komme ich... Achso, hier muss ich springen. Oh! Das gab es ja auch noch. Stimmt. Doch, das ist schon cool, was für... Also, man klettert ja echt viel in dem Game. Aber ich finde, dafür haben sie das Klettersystem echt schön variabel gestaltet. Also, es geht mir bislang nicht, auf die Eier hier so viel rumzuklettern. Mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Und dadurch, dass halt in VR-Klettern schon einen besonderen Appeal hat einfach. Okay, hier wäre ich auch... Ja, hier wäre ich auch über den anderen Weg gelandet. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt den Weg gegangen sind, an dem wir dann quasi dieses Rüstungs-Upgrade noch gefunden haben. Okay, hier müssen wir uns durchhacken. Wächter! Guckt ihr da einfach rein. Full-Life sind wir noch. Da unten geht auch einer. Okay. Ich frage mich, was passiert, wenn die hier einen entdecken würden. Ob man dann hier fighten muss? Weil eigentlich ist der Fight immer an... Unterhalb der Loge der Stamm-Mutter. Noch den nächsten Bereich durchqueren, dann bin ich da. Unterhalb der Loge der Stamm-Mutter. Haufen Wächter hier. Haben die Osseram sie angelockt? Also, wir sind hier ja in Nora-Gebiet, aber ich... Das ist halt kein aktiv bevölkertes Nora-Gebiet. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Ob das gleich was Altes ist? Okay. Also das hier sieht so aus, als könnte man hier gegen die kämpfen. Oder man stickt sich vorbei. Ich überlege schon, ob wir uns für die Action mal für Kampfe entscheiden sollten. Ich will halt auch einfach wissen, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt kämpfen würden. Oh ne, wir sind aber frei beweglich. Okay, wir können auch nicht ausweichen. Okay, ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Okay, ich glaube, aber wir machen ihnen in so einem Bereich hier mehr Damage. Zumindest wirkt so. Also diese 450er One-Hits, oder? Wir sind halt mittlerweile viel geskillter, als wir das früher mal waren. Aber ich weiß nicht, ob wir ihnen in den anderen Bereichen auch so viel Schaden gemacht haben. Hm. Irgendein Collective. Ah ne, ein Item. Für irgendwas. Ah, okay. Ich verstehe hier was. Und ich weiß gar nicht, ob wir so viele... Ob wir so viele Möglichkeiten gehabt hätten, hier lang zu sneaken, ehrlich gesagt. Feiny. Wirkt schon so, als müssten wir die... Erledigen. Bin echt gespannt, ob wir auf Nora treffen. Charaktere gibt's ja eigentlich bislang nur... Die wir zumindest so aktiv gesehen haben. Die vier, ne? Die drei, die da in unserem Camp sind. Und Aloy, die wir kurz gesehen haben. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir unseren... Unseren Bruder noch als designten Charakter sehen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ob da noch großartig was passiert hier. Eine Schleuder. Hm. Ein Schleuder. Könnte nützlich sein. Die Lohre nehme ich. Vernehmt. Ich hab keinen Lohre-Platz mehr. Wollte hier nicht wegwerfen, ehrlich gesagt. Und dann lass mich mal kurz craften. Schaffte. Ah. Dann kann ich hier bestimmt auch wieder... Ja, genau. Dann kann ich wieder mehr aufheben. Warte, dann... Dann craften wir einmal kurz durch. Okay. Okay, hierfür habe ich kein Material. Keine Echo-Hülsen. Ein kleines Feuer. Okay, wir sind full life. Wir haben das Maximum an Pfeilen gebastelt. Ich nehme mir trotzdem natürlich noch alles mit. Da war, glaube ich, gerade eine Echo-Hülse, oder? Nee. Okay. Dann sah es mal so aus. Aber eine Sprengschleuder. So, über die Schulter zum Greifen einer Bombe. Dann einlegen. Aufspannen. Ah, und wir haben hier so einen... So einen... Laserstrahl quasi. Habe ich verstanden. Muss ich die jetzt verschießen? Wirklich? Vor allem muss ich eine schießen. Ja, war beeindruckend. Spiel. Danke. Okay. Okay, wir kriegen jetzt hier beigebracht, wie wir die Schleuder benutzen. Im Kampf. Nein! Ja, wahrscheinlich voll ins Auge. Okay, aber die so einzufrieren ist schon nice. Oh, kommen Sie her! So viel Schwachstellen, Rias. Kenne deren Schwachstellen. Okay, ich muss auf jeden Fall noch besser an meinem Ausweichen arbeiten. Ja, wir machen definitiv mehr Schaden, wenn wir nicht in dieser... In dieser Kampf... In diesem Kampf-Szenario sind. Das war ein schöner Schuss. Überleg gerade, ob wir vielleicht mal hier... Ah, den Fehler mache ich immer wieder. Ob wir sie vielleicht hier mal anzünden wollen. Das hat mir wehgetan. Das ist schon besser. Gut so! Mit einem Ziel. Genau in Sorge. Ja, guter Schuss. Ja, oh Mann! Voll ins Auge. Okay. Jetzt wissen alle Maschinen, der sieht, um wo ich bin. Und alle ausheram. Und noch immer... Nichts. Ah, ich kann mich sogar... Ich kann mich sogar overhealen. Das habe ich gerade auch das erste Mal gesehen. Das ist dann wahrscheinlich das, was die Rüstungs-Upgrades mit sich bringen. Also hier die... Die gelben Balken quasi. Also die werden erst grün und dann gehen sie leer. Okay, wir haben wahrscheinlich einige Maschinen aufgejagt. Ich muss mir mal angewöhnen, meinem eigenen Charakter mehr zuzuhören. Irgendwas mit Stammesmodal erzählt. Okay, weiter. Also können wir uns aktuell nicht heilen. Ähm. Okay. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, gucken wir uns in der nächsten Episode an. Ich bin sehr gespannt. Nora-Gabit ist cool. Der Schnee gefällt mir gut. Ich habe Bock. Ich bin motiviert. Irgendwo Ziele? Da oben. Okay. Oh ne. Das war schon richtig gebogen. Okay, so. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.